Hallo und herzlich willkommen bei Virtus und einer neuen Folge Creative Earths, dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal In der letzten Folge haben wir hier den Aufgang soweit fertig gemacht Ich habe hier nochmal eine Lampe reingezimmert, damit es hier ein bisschen heller drin ist nur so eine halbe, sieht aber auch ganz cool aus, finde ich und dann kann man hier runter gehen, hier kommt dann später auch nochmal was also besser gesagt in dieser Folge hin, damit wir den Treppenaufgang soweit fertig haben oder wollen wir erstmal hier oben weitermachen, weiß ich gar nicht Nein, ich glaube ich mache erstmal hier oben ein bisschen weiter, also bleibt mal dran Ja, wir machen hier weiter, wir machen uns halt ein bisschen einfacher Warum habe ich denn hier keinen Sound drauf? Deswegen hatte ich keinen Sound drauf Mikro und so Ein bisschen Holz habe ich auch Denn Ich habe schon mal angefangen da die Bäume zu entleeren Wenn ich das mal so nennen darf War ganz praktisch So, hier kommt nämlich nur so ein Scheißen Jetzt ziehen wir das hier nämlich einfach erstmal Ja, so gehört das nix zu Wie gesagt, wir müssen hier so die halbe Länge auf jeden Fall machen Also die halbe Strecke Und dann können wir später weiter gucken Und dann können wir später weiter gucken Da drückt mal eine ganze Ja, hier kann ich aber rüber laufen Bis dato Das hier ist die Medaille Sieht jetzt hier natürlich sehr doof aus, aber ist egal Ich hoffe jetzt hier einfach mal so rüber Ich hoffe jetzt hier einfach mal so rüber Ich setze hier mal hier so hin So, und das dachte ich mir schon Ich bin full Machen wir doch einfach mal ein bisschen was weg Erstmal sowieso, den hier Okay, springen Passt ja Wir müssen alles Natürlich dieses Bereich weghauen Na, fangen wir einfach mal hier oben an Passt ja von der Entfernung her auf jeden Fall Was wir halt so viel wie möglich mitnehmen, ne Hui, ja, vielleicht hängen Sag mal Na ja Na ja, schon mal gut was rausgeholt So, das Bis dahin Das sieht gut aus So kommen wir auf jeden Fall rüber Die Frage ist, hier will ich schon gar nicht mehr Hier machen wir das mal so Mit der guten alten Kralle Machen wir uns hier den Weg frei Dann haben wir die halbe Ecke schon mal weg Den Rest überlassen wir den zukünftigen So, weil bis wir da drüben, das sag ich mal kopieren können Da dauert auch ne Weile Ja, ich will das hier eigentlich so als hohe Halle machen Zumindest mein Grundgedanke Das wird hier so hoch kommen wir nicht Das wird ein Ding der Unmöglichkeit Okay Mal gucken wir mal Ne, ich bin zu faul Ich hab nichts mehr zum Sprengen Ach shit Müssen wir doch so Ich dachte wir kriegen eine Drohne hin, aber gut Das ist genau die Mitte Das ist ganz gut Boinks, so geht ja Und dann können wir hier jetzt schön rüber ziehen An dem Ding vorbei packen wir mal einen fetten Boden drauf Das wird jetzt ziemlich eintönig, habe ich das Gefühl Ja, ich muss erst mal hier komplett Boden ziehen Das mache ich mir aber glaube ich auch gleich ein bisschen mit einer ProPrint einfacher So zwei, drei Reihen ab Dann geht das recht gut Ich überlege gerade, ob ich die Ecken auch mal rausnehmen soll Aber vielleicht, eigentlich kann ich die auch lassen und weißt warum Weil da kommt ja eh Wand noch hin Die ja wahrscheinlich auch wieder einen Ticken dicker sein wird Und das dann eh alles verdeckt Dann machen wir auch noch eine Verweckt doch einfach mal Kommt ja leer Ihr habt doch bald kein Waldgebiet mehr Da ist schon weggerodet So, ein, zwei, drei, das reicht Gucken wir mal, wir haben ja noch ein paar Dinger unten auf jeden Fall Passt Und zwar Small, medium Passt, oder? Ich denke schon Ich denke schon Ah shit Nein Das war jetzt so nicht gewollt Meine Maus ist hier so ein bisschen am Ende weit weg Ein bisschen Eis habe ich auch schon reingetan Und es hält sich noch Und so viel brauchen wir gar nicht So, komplette Länge Zack Ich bin echt faul, ne? Tricks, Mistvieh Jetzt können wir nämlich einfach hier so das Ganze zu bauen Das nenne ich mal innovativ Geht auf alle Fälle schneller Ich finde, für die Arbeit braucht man sich auch nicht schämen Wir haben ja die Baumöglichkeiten, also warum nicht? Aufnahme läuft, ok Muss ich gerade nochmal gucken Habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen die Probleme damit Sooo, wo ist es hin? Die holen wir da gleich wieder raus Ich bin nur zu geizig Jetzt hier dreimal zu laufen So Langsam merkt nie So Gleich haben wir es Haben wir hier einen fetten Boden drauf Die zwei Meter mehr steuern mich ja nicht Macht einer ein bisschen Krach draußen Ich hoffe das ist Vielleicht merkt der gar nichts davon Mit einer Rasen habe ich das Gefühl Und weiter gehts Gut, dass ich so viel Bomben daraus gezogen habe So Passt Stellt euch mal vor Wir müssten das alles hier noch mit mühevoller Kleinarbeit rein tun Nee, danke Nee, danke So 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 Deine Fläche Heftig Wir sind ein Boot in Liga Genau Der wäre jetzt relativ für ihn gewesen, ne Egal So So Okay Okay Jetzt fehlt ja nur das hier Das machen wir mal so rum einfach Stoppen dann einfach einen Ticken vorher Warte mal Warte mal Ja Aber hier dran packen ist ja völlig egal Sind die schon wieder alle? Boah Und das kommt raus Passt Passt Lustig, dass er mir den nicht akzeptiert Perfekt Also wenn ihr mal größere Fläche macht, macht das so Definitiv Auch wenn ihr jetzt nicht so viele Materialien vielleicht zur Verfügung habt wie ich Es ist es trotzdem wert die paar Dinger dafür zu opfern Definitiv Das geht so viel schön schneller damit Gächtig geil Ich weiß noch nicht wie ich Handsurfe Ach ne doch So So Fertig Geil Kompletten Boden gepflanzt Krass Action Ja hier muss auch noch zugemacht werden Das machen wir hier auch mit denen Dafür habe ich sie ja hier Der ist überlegt, baust du hier ein Fenster oder sowas ein? Aber ist ja auch Schwachsinn So, passt Heftig, ne? Ja und jetzt? Keine Ahnung Wie gesagt, also hier kann ich ja nicht ran, auf jeden Fall nicht Was machen wir hier? Ich habe keine Ahnung wie wir das jetzt hier schick machen sollen Um echt zu sein Hier auf jeden Fall auch den Boden nochmal richtig Irgendwie nervt mich das doch Hier passt es ja, hier passt es ja, hier passt es ja Hier dann nicht mehr Das war mal nur so meine Gierhilfe Also was wir hier auf jeden Fall machen irgendwo müssen ist eine Treppe nach oben Die muss auf alle Fälle mit rein Die muss auf alle Fälle mit rein Die sollte eigentlich später mit die wahrscheinlich eher kommen Das ist so meine Idee Oder links und also oder an jeder Ecke Hatte ich auch noch so einen Grundgedanken Da habe ich jetzt vier Aufgänge So Also vier Aufgänge heißt in jeder Ecke ein Und dann vielleicht mittig irgendwie wieder zusammenführen Und irgendwie sowas in der Richtung Quasi hier auf die Ebene Und dann hier hoch müssen wir auf jeden Fall auch noch Also hier will ich auf jeden Fall hin Nur hier das war es dann glaube ich auch Ich will nur hier hoch Also machen wir zwei Ebenen quasi nur ausbauen Und zwar ordentlich ausbauen Das heißt wir nehmen uns hier einmal so einen Bereich Für eine Treppe Passt ja oder? Dann wirkt das hier auch wieder ein bisschen kleiner der Rest Ich kann ja vielleicht doch die Wand mit nutzen Ich ziehe es erstmal hier so rein nur Und das holz hier auch nochmal so irgendwie mit Ich finde das ja nicht so verkehrt Um echt zu sein Heißt nur ich muss es hier zu machen und da zu machen Den mal so hochkant drehen Dann haben wir hier eine schöne Ecke Und dann wird das hier wieder Das ist erstmal nur so als Grund Die Tür muss natürlich trotzdem noch hin Und die werde ich wahrscheinlich dann eher hier so hinsetzen die kann ja auch ruhig ein bisschen größer werden schrägen haben ein bisschen da zu schmal so sie wieder so eng wir finden auch eine lösung vielleicht ja hier die treppenaufgänge eher weiß sieht auf jeden fall ist ein krasser winkel ein bisschen was anderes dann kann ich jeder trotzdem nicht ausnehmen dann spare ich mir das oder hat zumindest was so folge ist viel zu lang geworden ich werde mal ein bisschen weiße dinge fertig machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder danke dass ihr da draußen eingeschaltet habt und ich würde mich freuen natürlich wenn er weiter zu guckt bis die tage tschüss hier im 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 Vielen Dank.